Grüß dich! Es gibt in Bloons TD6 einen Erfolg mit der Bezeichnung Alle für Ein, Einer für Alle. Und zwar muss man hierbei mit nur einem einzigen Turm ein Spiel auf der Schwierigkeitsstufe schwer gewinnen. Das hört sich erstmal wirklich schwer an, ist aber wirklich sehr, sehr einfach vorausgesetzt. Man weiß, wie es geht. Und genau das zeige ich dir jetzt, wie das zu funktionieren hat. Und zwar spiele ich hier ohne Affenwissen. Du kannst das Affenwissen bei dir aktiviert lassen, dann hast du es noch einfacher. Einen Helden wirst du nicht brauchen. So, lass uns loslegen. Gehe hier auf die Karte Ressort, dann auf Schwierigkeitsstufe schwer und dann auf Standard. Und zwar beginnst du hier mit einem Freibeuter Affen und den platzierst du in etwa hierhin. Achte auf seinen Einsatzradius. Der muss in etwa an diese Kante hier gehen und ganz nach rechts an diesen Rand hier platziert werden. Also in etwa so wie ich hier. Ja, okay. Und dann kannst du auch schon Play drücken, kannst das Spiel schnell laufen lassen, denn du musst jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen. Und zwar nimmst du als erste Verbesserung hier bei deinem Affen den Traubenhagel vor. Auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Und danach kommt das Feuer und erst dann kommt Langstrecke. Ja, ich habe beim ersten Versuch sogar fast vergessen, die Stufe 2 nämlich hier vorzunehmen. Das ist, dass er die Getarntenbluts beschießen kann. Da ist mir fast einer entwischt, aber auch noch fast. Ich habe es noch rechtzeitig bemerkt. So, in Runde 6 solltest du genug Geld für den Traubenhagel zusammen haben. Kannst auch dieses Schirmchen hier schließen, falls es dich stört. Auf jeden Fall ist das nicht siegentscheidend. So, unser Freibäuteraffe, der macht hier ein Blumen platt nach dem anderen. Und der ist wirklich ein sehr vielseitiger Affe. Der kann wirklich alles platzen lassen, wenn man hier die untere und die mittlere Reihe verbessert. Dann kann er getarnte Bluns platzen lassen, gepanzerte Bluns, violette Bluns, alles dabei. Einfach ein sehr vielseitiger Affe. So, als nächstes machst du dann Hotshot in Runde 9. Und erst jetzt kommt dann die Langstrecke. So wie du sehen kannst, deckt er hier diese Strecke her ab. Ich hätte ihn sogar so ein bisschen höher setzen können, aber das ist voll okay so. Und der Grund, warum ich ihn hier weiter nach oben hin platziert habe, ist nämlich folgender. Wenn die Bluns hier einmal rumkommen, kann er die hier schon unter Beschuss nehmen und gleichzeitig auch hier nach links oder nach oben wegschießen. Das ist sehr wichtig. Dann kann er nämlich seine beiden Seiten benutzen, um die Bluns platz zu machen. Gut, in Runde 12 solltest du den Ausguck verbessern. Jetzt kann er auch getarnte Bluns platzen lassen. Und ja, da ist er wirklich nicht eingeschränkt in seiner Wirkung. Und als nächstes kommt natürlich das Kanonenschiff. Das ist sehr wichtig. Wir gehen bei ihm hier auf der mittleren Reihe bis zur Stufe 4 und mehr auch nicht. Übrigens, ich habe ja vorhin gesagt, dass du diesen Modus hier oder diesen Erfolg mit nur einem einzigen Affen freischalten musst. Das bedeutet aber nicht, dass du den jetzt nicht verkaufen darfst. Das ist nämlich nicht der Fall. Du kannst ihn sehr wohl verkaufen. Das mache ich auch. Nachher muss ich sogar tun. Also ich kann ihn verkaufen und dann dafür einen anderen Affen platzieren. Das geht sehr wohl. Ist erlaubt. So, in Runde 16 solltest du genug Geld für das Kanonenschiff hier zusammen haben. Jetzt verschießt er auch Kanonen, die explodieren und wird dadurch noch deutlich stärker. Und jetzt heißt es erstmal Geld sparen bis zum Affenpiraten. Ich glaube, dass das in Runde irgendwas mit 30 war das, glaube ich, wird es soweit sein. Dann kannst du nämlich diesen Affenpiraten hier freischalten. Und das Tolle ist, den musst du gar nicht einsetzen. Unser Freibeuteraffe ist stark genug. Der kann alle Bloons, auch alle Moabs, die kommen werden, nur mit diesen fünf Verbesserungen hier. Also zwei unten und drei oben. Damit kann er sie alle platt machen. Überhaupt kein Problem für den. So, wir sind in Runde 32 und genug Geld ist für den Affenpiraten da. Also ich mache auch gleich die Verbesserung. Und jetzt hat er hier diese Fähigkeit, diesen Enterhaken. Da kann er die Moabs an Deck ziehen. Aber die wirst du gar nicht brauchen. Du kannst ihn einfach hier so arbeiten lassen. Er trägt dich durch bis zur Runde 55 ohne Probleme. Du musst nicht ein einziges Mal deine Fähigkeit einsetzen. Die ganzen Moabs, die da kommen werden, da werden auch, glaube ich, zwei oder drei Stück auf einmal kommen. Die kann der ohne Probleme platzen lassen. Im Prinzip kannst du jetzt AFK gehen, kannst dir was zu essen holen oder was zu trinken. Ganz egal was. Oder vielleicht auch ein bisschen Sport machen in der Zeit. Auf jeden Fall wirst du die Fähigkeit hier unten nicht brauchen. Mach dir da gar keine Sorgen. Du musst aber bedenken, dass du vor Runde 55, nämlich Ende 54, den Autostart deaktivieren musst. Weil du dann kurz Zeit brauchst, um diesen Affen hier zu verkaufen. Also den Freibeuteraffen und einen Bumerangaffen hier an diese Stelle hin zu platzieren. Also perfekt in die Mitte hier. Und ja, da sollten die automatischen Runden deaktiviert werden in der Zeit. So, mittlerweile bin ich in Runde 53. Und jetzt solltest du dich so langsam bereit machen und den Autostart hier deaktivieren. Wie du sehen kannst, ich habe noch kein einziges Leben verloren. Unser Freibeuteraffe macht hier wirklich eine hervorragende Arbeit. So, Runde 54 ist da. Gehe jetzt hier mal auf die Einstellung. Deaktiviere den Autostart. Lass den Freibeuteraffen hier seine Arbeit machen. So, da kommen jetzt noch ein paar Morps. Und die macht er lockerlässig platt. Überhaupt kein Problem. Und der letzte Blumen. So, also. Verkauf jetzt deinen Freibeuteraffen. Nimm einen Bumerangaffen und platzieren hier in etwa so in die Mitte. Dann machst du hier oben als Verbesserung. 1, 2, 3, 4, 5, 0 und 1, 2. So, jetzt kannst du das Spiel laufen lassen. Gehe wieder auf die Einstellung. Der aktiviert den Autostart. Und spiel einfach weiter. So, du kannst jetzt einfach HFK gehen und den Bumerang einfach arbeiten lassen. Die ganzen Morps, die jetzt kommen und die gepanzerten Bloons, die gepanzerten und getarnten Bloons, die violetten Bloons, die sind überhaupt kein Problem für den. Der kann wirklich jeden Bloon, ganz egal welchen, platt machen. Am Ende kommt ja auch dieser Z-OMG. Und der wird den einfach so zerschreddern. Auch der stellt für ihn überhaupt kein Problem dar. Im Prinzip kannst du jetzt einfach nur auf deinen Sieg warten. So, mittlerweile bin ich in Runde 79 und die Bloons versuchen hier wirklich mit aller Gewalt an mir vorbeizukommen. Aber nein, dieser Bumerangaffe lässt das nicht zu. Der ist wirklich echt top. Schreddert hier ein BFB und Moab nach dem anderen. Der lässt nicht zu, dass man an ihm vorbeikommt. Und guckt ihr das schöne viele Geld an. Oh, ich würde jetzt so gern irgendetwas aufs Feld platzieren. Einen Reißnagelwerfer oder so. Das würde echt Bock machen, aber ich darf nicht, denn das ist ja diese Herausforderung. Das muss ich so machen und zwar nur mit einem einzigen Affen. Okay, Runde 80 ist da. Der Endgegner kommt. Der Boss kommt. Jetzt mal schauen, wie lange unser Bumerangaffe braucht, um diesen Boss zu zerschreddern. Genau. Ich werde jetzt einfach mal mitzählen, wie viele Sekunden der braucht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Sekunden. Knapp zwölf Sekunden hat er für den ZOMG gebraucht. Nicht schlecht. So, und das ist der Sieg. Also, ich gehe jetzt nochmal auf die Hauptseite und will natürlich meine Belohnung einsacken. Und das habe ich ja vorhin nicht gemacht. extra für das Video. So, ähm, also ich gehe auf sammeln. Na komm schon, gib mir den Punkt. Yay, ein Wissenspunkt für mich. Nicht schlecht. Also, wenn du alles so machst, wie ich in dem Video, dann sollte es auch für dich kein Problem sein, diesen Erfolg freizuschalten. Gut, danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Deixa conn suggested gard Orlando. Nova Cat analysis.